Unterhaltung von Erich Sokroski. Aber was wäre ein Karneval, was wäre eine Fünftenpreisfeierung, ohne was? Natürlich ohne ein Prinzenpaar, ohne den Paar, das am Dienstag der Kanzlerin die Hand geschüttelt hat. Wollt ihr das Prinzenpaar sehen? Dann bitte ich euch alle aufzustehen! Wollt ihr das Prinzenpaar, oft sind die Pacten in der Hand, und die Pacten in der Höhle der Kanzlerin nicht wins? Dann bitte ich euch alle aufzustehen! Wollt ihr das Prinzenpaar sehen? Wollt ihr das Prinzenpaar? Herzlich Willkommen in der Kirche des Nachbieres, Ihre Zoller Team, Michaela I. Die Reise zum großen Dreh wurde gestartet. Nun haben wir gleich in den Trock gewartet. Meine Freude ist groß, Ihre Prinzessin Michaela I. zu sein. Ich danke dem Verein. Diese Session werden wir gemeinsam durchschreiten. Ihr könnt uns ja in die große Filmwelt begleiten. Auf der Suche nach dem Ort des großen Dreh ging es für uns über den großen See. Entfangen bringen wir dort von Filmexperten. Heute Abend wir euch zeigen, was sie uns werden. Bino Meier, Baby Noxberg und die Agenten fand ich schon toll. Nun sind wir hier zur Preisvorleihung und der Saal ist richtig voll. Jetzt lasst uns nicht lange warten und die große Show starten. Auch ohne Kommis und Kamiya beginnen wir nun mit dem Dreifach Primus Lavia. Primus Lavia! Primus Lavia! Primus Lavia! Primus Lavia! Primus Lavia! Primus Lavia!